Einen schönen guten Montag und damit herzlich willkommen in einer neuen Börsenwoche und zum aktuellen PQ Primetime Chartcheck, unterstützt durch unseren Werbepartner Goldman Sachs. Los geht es direkt mit dem Gesamtmarkt, da führt heute auch kein Weg dran vorbei, denn da wird indirekt die Auswirkung der nächsten Eskalationsstufe im Zollstreit zwischen den USA und China aufgearbeitet. Minus 1,15 lautete das Endergebnis am Freitagabend, aber das fiel auch nur deshalb so gnädig aus, weil die Börsen hierzulande so früh, in Anführungszeichen, schließen. An der Wall Street ging der Ausverkauf da nämlich erst richtig los. Ja, was macht das jetzt mit dem DAX bzw. dessen Chart? Ganz klar, da wurde heute früh erst mal die massive Haltezone zwischen 11.600 und 11.560 auf den Prüfstand gestellt. Das erfolgreich und das verwundert insofern nicht, als dass hier eine ausgeprägte Volumenspitze verläuft, heißt hier ist reichlich Volumen in den Markt gekommen und das sollte zunächst stützend wirken. Demgegenüber bedeutet das aber auch, wenn der Halt verloren geht, droht der nächste Kursrutsch, der günstigenfalls an der Volumenkante bzw. dem Februar zwischenhoch bei 11.372 Punkten aufgefangen werden sollte. Ist das nicht der Fall bzw. der Verkaufsdruck zu groß, wäre eine Ausweitung des Sell-Offs bis 11.300 bzw. 11.266, das ist das bisherige Monatstief, oder gar die 11.000er Marke denkbar. Wobei diese Chartmarke eigentlich eher eine psychologische Bedeutung hat, denn die befindet sich mitten in einem volumenarmen Korridor und die werden im Allgemeinen ziemlich zügig überbrückt. Sprich, eigentlich können wir uns bereits das Vibrativ bei 10.864 und die nächste Volumenspitze knapp unterhalb von 10.700 Punkten als mögliche Haltestellen vormerken. So, und jetzt das Ganze aber in die Gegenrichtung. Ganz interessant ist nämlich die Möglichkeit einer inversen Schulterkopf-Schulterformation, die sich genau dann ausbilden würde, wenn die Kurse im Bereich von 11.560 nach oben abdrehen und anschließend wieder über den GD200 und die Eindämmungslinie bei 11.750 bis in den Bremsbereich zwischen 11.823 und 11.869 vorstoßen. Genau diese Bewegung, genau gesagt den ersten Teil, also die Rückeroberung des GD200, haben wir heute auch schon gesehen und damit steht dann doch noch eine Tür nach oben offen. Gelingt nämlich der Sprung über die alte Nackenlinie der übergeordneten SKS aus den Jahren 2017, 2018 bei 11.869 Zellern, während der Re-Break bei 12.000, Achtung, da verläuft auch die nächste markante Volumenspitze, und die Schließung der offenen Kurslücke vom 2. August zwischen 12.035 und 12.129 mit Kursziel 12.200 der Marke möglich. Das wäre gleichzeitig auch das perfekte Sprungbrett für einen Sprint in Richtung 12.400, 12.600. Das aber erst mal wirklich nur der Vollständigkeit halber, denn dafür würde es mehr als nur eine, in Anführungszeichen, Rückkehr an den Verhandlungstisch brauchen, die aus Peking offenbar schon avisiert wurde, wenn man den jüngsten Meldungen aus Washington Glauben schenken möchte. Wir bleiben jedenfalls dran und Sie hoffentlich auch, Ihnen auch einen schönen Montag. Daumen hoch, wenn Ihnen das Video gefallen hat. Vielen Dank dafür und Servus, bis morgen. Vielen Dank.